Louis, stimmt schon mal, Louis, Van, Van, dann Kahl, Kahl, sehr gut, Kahl, nicht K, Van, Kahl, Louis, Van, Kahl. Er passte auch irgendwie zu der Zeit zum FC Bayern, er war eine unglaublich dominante, manchmal auch nicht vergnügungssteuerpflichtige Person, hatte seine eigene Meinung. Das bayerische Lebensgefühl passt mir wie ein warmer Mantel. Und warum, warum? Ein stolzer Mann, das hat uns sofort gemerkt. Mia san mia. Wir sind wir. Und ich bin ich. Ich bin ich. Ja, das ist auch nicht. Das ist schon in der Pressekonferenz, habe ich das gesagt. Es war nicht einfach, weil das, was er gesagt hat, das hat er auch noch gedacht. Selbstbewusst, arrogant, dominant, ehrlich, arbeitslos, innovativ, aber auch warm und familiär. Er hat eine Überzeugung von sich, aber er hatte auch eine Überzeugung, würde ich sagen, in die Mannschaft. Er hat diesen Verein damals schon mit in Schwung gebracht. Es ist besonders Rubenicke und Heuners, die lieben, wie Ajax-Amsterdam spielen, als ich da der Trainer war, mit der Fischung des Spielstyls. Und das Fischung ist der Louis-Vaghal-Fischung. Sie haben die Kollegen mit hierhergebracht. Wollen Sie sich vorstellen? Ja, ich kann meinen Staff vorstellen. Andries Jonker, ein vielseitiger Trainer. Er war auch mein Assistent beim FC Barcelona. Tag eins, ja, an derselben Straße. Ja, und dann fühlst du sofort, dass die alle sehr neugierig sind nach, was jetzt? Wer ist dann gekommen? Was wird er machen? Wie wird das gehen? Ich vergleiche das ja oft mit in der Schulzeit, wenn man einen neuen Lehrer oder eine neue Lehrerin bekommen hat. Also, man ist gespannt. Es war ein bisschen kompliziert mit der Relation mit Röngal. Ich bin direkt, ich bin ehrlich, ich kann irritiert werden, aber das war mein Verhaal. Und ich erinnere mich noch, dass er während des Trainings ganz laut war, zu spielen. Und dass die Zuschauer manchmal geholfen haben, das ist gut, sei mal klar, wir delen. Und ich dachte... Ich bin ein Kommunikator. Ja, und ich denke, das ist sehr wichtig. Denn du musst die Spieler von der Fischung überzeugen. Jeder Spieler kann ein Ball von A zu B schießen. Und wenn du das in den richtigen Moment machst, bist du ein großer Fußballspieler. Aber ein Fußballspieler ist auch ein humaner Mensch. Und er wird von seinem Umgebung beeinflusst werden. Und das ist auch wichtig. Das ist deshalb, dass ich mit allen Spieler sprechen möchte, dass ich die Ambition, die beste Position der Spieler ist. Und wie kann ich diese Leistung von diesem Spieler benutzen? Und dann spiele ich das System, das zu den Spieler, die ich benutze. Und das ist der Grund, dass der totalen Human-Being-Prinzip so wichtig ist für mich. Denn du kannst sie direkt in ihrer eigenen Sprache touchen, in ihrer eigenen Sprache touchen. Ja, du hast es von Tag 1 abgeführt. Das waren die nicht gewonnen. Louis van Gaal war dann einer, da wusste man auch, der legt auch Wert auf Disziplin. Ich glaube, auch die Mannschaft und so hat das gebraucht. Jemanden, der die klare Vorgaben auch gibt. Das war wichtig zu dem Zeitpunkt. Hat uns allen, würde ich sagen, auch eine Orientierung gegeben. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt ist eben auch etwas entstanden. Das war für mich nicht so ganz angenehm, weil er gesagt hat, Hermann, ich gucke, wie das geht. Und wenn es nicht passt, hole ich mir nach sechs Wochen eine Annahme. Nach zwei, drei Wochen haben wir uns gesetzt, hat Dewey zu mir gesagt. Wir fragen Hermann, was er meint von den Spielen. So, wir sind die ganze Spieleliste durchgegangen. Und da kam Hermann bei Bad Stöber. Und dann hat der Mann gesagt, der wird National spielen. Er hat Louis gesagt, aber er hat noch nie gespielt. Der wird National spielen. Schön zu hören. Meines Gefühls hat mir ja auch bekommen, dass ein Trainerteam da ist, das an einen glaubt. Und vielleicht auch er ins kalte Wasser schmeißt. Er ist auf mich zugelaufen, ich bin auf ihn zugelaufen. Wir haben uns die Hand gegeben. Er war fünf bis zehn Zentimeter von mir weg. Und da haben wir uns vorgestellt. Sie sind Holger Bad Stöber. Ja. Schön, Sie hier zu haben. Und da sind wir weiter durch die Liste gegangen. Und einige Spieler weiter, Thomas Müller. Und Hermann sagt, der wird in die Nationalmannschaft spielen. Da hat die Louis gesagt, was? Noch einer? Da war sich da schon sicher, oder was? Ah, da hat er einen guten Tag gehabt. Hey, Tigrich. Da hat Louis natürlich auch einen großen Anteil an der entwickeln beider Spieler. They gave a fresh air in the group. And that is very important. So you have to give young players the chance when they deserve it. And we did it. So you're going to give to him another problem. So you have to give him time to give.